Grüezi und Moin! Hier ist wieder euer Sülzer. Hier ist alles so flach. Überall ist es flach, flach, überall oder in Kuchel ist es flach. Aber ich habe trotzdem den höchsten Berg gefunden hier in Kampen. Das ist nämlich die Uwe-Düne. Die ist 53 Meter hoch und ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal gemeinsam da hoch und geniessen mal ein bisschen die Aussicht. Ja, endlich geschafft. Sensationell! Bestiegen. Die Uwe-Düne. Da machen wir gleich einen neuen Schweizer Kanton draus. Schweizer Kanton Kampen. Das muss natürlich sofort besiegelt werden. Wo haben wir da? Schön die Flagge einschlagen. Super! Uwe-Düne. Kanton Kampen. Abonne geht's. Bis zum nächsten Mal.